Guten Morgen Traderinnen und Trader, es ist Mittwoch. Wir sprechen heute über, wir sehen es in der Überschrift hinten schon, Euro, US-Dollar, weiteres über Euro, britisches Found, US-Dollar, Can-Dollar und Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das die Werte für heute schon auf der Uhr und wie immer auch Raum für den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Also bitte rein in die Chats, mein Workaround auf Facebook funktioniert mittlerweile auch. Ich sehe es schon, die ersten Kommentare sind da, auch auf Facebook. Zoom läuft heute auch traumhaft. Guten Morgen zurück, danke für die Grüße. Das passt sehr schön. Wir machen weiter direkt an dieser Stelle auch mit dem Risikohinweis. Der kommt ja immer am Anfang, der ist obligatorisch. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das soweit dazu und dann noch zu den heutigen Nachrichten. Eine Nachricht kam schon, die muss man ein bisschen so mit Vorsicht genießen. Ist zwar aus der Vergangenheit und die Börse spielt ja immer die Zukunft. Aber trotzdem können Werte aus der Vergangenheit auch Einfluss auf aktuelle, sag ich mal, Geschehnisse haben. Und wenn wir hier mal schauen, was gekommen ist. Um 8 Uhr haben wir die Einzelhandelsumsätze für Deutschland für den Monat Juli bekommen. Urlaubszeit. Und viele Deutsche haben ja auch in Deutschland dieses Jahr Urlaub gemacht. Trotzdem waren die Einzelhandelsumsätze schwächer als erwartet. Also, die Analysten hatten mit mehr gerechnet. Mal schauen, was der DAX daraus macht zur Handelseröffnung. Die USA sind ja gestern ordentlich wieder auch zugewachsen. Nachdem es anfänglich ein bisschen zögerlich zuging, haben wir doch schöne Pluszeichen dort gesehen. Wir schauen, wie es weitergeht. Wie ich schon gesagt habe, in ein paar Minuten wissen wir mehr, wie der Handel hier in Deutschland darauf reagiert. Was gibt es heute im Laufe des Tages noch? Wichtige Nachrichten, ADP-Beschäftigungsänderung. Wir wissen ja, diese Woche ist Non-Farm-Payroll-Zeit. Das heißt, am Freitag und Mittwoch gibt es da immer den Vorbericht sozusagen. Hier ist ein Zuwachs von 950.000 Stellen erwartet. Wenn das Ganze gut passt, könnte das durchaus auch ordentlich kräftig in die Segel der Index Bullen blasen. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann auch auf der Währungsseite funktioniert zum Thema Euro. Den haben wir ja heute auch da. Die Überschrift zeigt es ja auch schon an. Der hatte gestern ein kräftiges Umkehrsignal gemacht. Wenn es bestätigt wird, könnte es etwas tiefer gehen. Das schauen wir uns aber gleich im Laufe noch an. Was gibt es noch hier aus den USA? Wir kriegen die Auftragseingänge für den Monat Juli. Die Rohöl-Lagerbestände gibt es dann um 16.30 Uhr. Öl ja auch wieder momentan leicht auf dem steigenden Ast. Und dann heute Abend gibt es das Biespuk in den USA. Der wichtige Konjunkturbericht, da schauen wir dann am Freitag auch wieder rein. Wir wissen es ja, das ist so Gewohnheit geworden. Die USA sind ein sehr, sehr wichtiger Richtungsgeber für die Welt. Und deshalb sollte man auch wissen, was dort los ist. Wir gucken, wie schon gesagt, am Freitag nach der Marktbesprechung und der großen Index-Schau mal rein, was hier die Konjunktur in den USA auch sagt. Und dann möchte ich ganz kurz noch auf eine Frage eingehen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen bezüglich der Ausbildung, die der Martin und ich im September machen werden. Tickmill unterstützt das Ganze ja auch mit einem Discount von 10%. Und da habe ich eine Frage bekommen, wie das Ganze technisch umgesetzt wird, beziehungsweise ob man sich noch anmelden kann. Ja, man kann sich noch anmelden. Das ist kein Problem. Problem, das passt alles. Thema Corona ist auch kein Problem. Wir haben in den Räumlichkeiten genügend Platz, um alles einzuhalten. Die ganzen Abstände und so weiter und so fort. Also das ist alles in trockenen Tüchern. Von der Seite her kann man sich dort auch wirklich noch anmelden. Ich sage mal, die nächsten 14 Tage ist das alles kein Problem. Wir müssen aber schauen, wenn der Raum zu voll wird, dann sind wir ausgebucht. Aber so knapp vier Plätze haben wir noch, die wir dort vergeben können, ohne das Raumkonzept zu. Ja, eng laufen zu lassen. Das Ganze. Wen das interessiert, kurzen Augenblick, da würde ich ganz gerne auch nochmal ganz flott hier den Link mit reinposten. Um was es geht? Es geht ums Trading. Es geht ums, ja, informative Sammeln von Research-Sachen, die man für die fundamentalen Sachen braucht. Es geht darum, wie man die Trades sozusagen gut plant. Wie man interessante Handelstrategien entwickelt, die dann auch auf das eigene Portfolio umgesetzt werden können. Und, und, und. Also eine ganze Menge von zwei erfahrenen Händlern. Und wie schon gesagt, kurzen Augenblick. Ich muss nochmal flott schauen, dass ich den Link hier kurz mal noch mit reinschaue. So, da haben wir es. Also wen das Ganze interessiert, der schaut einfach mal auf der Website der Investorschule vorbei. Ich ziehe es gleich mal noch drauf. Also hier einfach oben aufgehen. Hier an dieser Stelle auf die Website der Investorschule. Und da ist es schon der Outperformance Workshop. Und da einfach draufklicken. Und dann wird man hier alles finden, was notwendig ist zu wissen. Und natürlich auch die Workshop-Anmeldung. Wie schon gesagt, es ist am 26. und 27. September. Findet in Düsseldorf statt das Ganze. Ich poste den Link gleich auch nochmal hier in die entsprechenden Chats mit rein. Und dann passt das Ganze. Gut, das kurz dazu. Und wir gehen jetzt weiter in die Charts hinein. Und wir starten hier mal durch mit dem Beitrag aus den heutigen Handelsideen. Der Blogbeitrag sozusagen. Da schauen wir hier auf das Währungspaar Euro-Britischer Fund. So, da mache ich den Bildschirm gleich nochmal groß an dieser Stelle. Mein Name, den nehme ich jetzt mal raus. Den kennt mittlerweile sicherlich jeder, der hier zuschaut. Und wir schauen jetzt direkt auf das Währungspaar Euro-Britischer Fund. Ich mache mal ganz kurz hier die Linien noch mit raus. Die brauchen wir aktuell nicht. Die magentafarbenen Linien führt das große Bild, was wir betrachten. Die brauchen wir gleich, wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten schauen. Der Blick auf Euro-Britisches Fund zeigt uns ganz klar, der Markt ist momentan eher abwärtsgerichtet. Wir sehen es hier, das Paket, das MTO in Leipzigna zeichnet hier den aktuellen groben Trend auch wirklich mit ein. Wir sehen es hier, der Markt ist abwärtsgerichtet. Wir haben im Großen fallende Hochs, wir haben fallende Tiefs. Das spricht für einen abwärtsgerichteten Markt. Was wir allerdings hier an dieser Stelle beachten müssen, ist ganz klar, das Level, in dem wir uns momentan befinden, ist ein ziemlich starker Support-Bereich. Das ist also zum einen der Bereich, wenn wir mal in die Historie ein bisschen zurückgehen wollen. Hier drüben, da ist dieser Abwärtstrend gebrochen worden. Das ist so über den Daumen, ganz grob, das Level um die 0,88, 0,70. Und dann haben wir hier oben noch diesen Drehbereich, den wir hier drüben gehabt haben, über den Daumen, die Marke von 0,89. Das heißt, wir haben hier ein Band, ein Support-Band sozusagen, wo der Markt immer mal schon reingelaufen ist und wieder hochgedreht ist. Wir haben es hier gesehen, Anstieg, hier gesehen, Anstieg, hier gesehen, Anstieg. Das Ganze kann hier jetzt natürlich auch wieder passieren. Und aus rein technischer Sicht würde das am gesamten Bild noch überhaupt nichts ändern. Der Markt, selbst wenn es jetzt hier ansteigt, ist dann immer noch hier in diesem Bereich abwärtsgerichtet. Und solange wir nicht hier oben über dieses Level drüber gehen, über die 0,90, 600, ist das alles auch überhaupt kein Thema. Wenn wir da drüber gehen, dann könnte es natürlich hier durchaus auf die 0,91, 4 nach oben gehen. Also wir haben deutlich Potenzial zur Oberseite hin, sollte es hier sozusagen in diesem Support-Band zu einem Abrell kommen, zu einem Rebound und zu Kursanstiegen über dieses Ausbruchslevel hier. Das sind die wichtigen Marker, die interessanten Punkte, die wir definitiv hier aus dem Tagesschat rausnehmen können. Sollte der Support allerdings nicht halten, das heißt, wenn hier keine Käufe reinkommen, sondern hier Verkaufsdruck entstehen, ja gut, dann schaut es so aus, dass der Weg nach unten frei ist. Wir sehen es, hier ist nicht wirklich viel drinnen, was auffällt. Das Einzige, was ein bisschen helfen kann, wäre hier dieser Bereich, schaut euch das mal an, dieser Drehbereich hier unten. Als sie aufwärts gekommen sind und hier unten angefangen haben, den kleinen Aufwärtstrend zu machen, wartet mal, sieht man den hier, ja gut, man kann es erkennen hier, als sich dieser Aufwärtstrend hier gebildet hat, dieser hier drüben, der, das ist ein Drehbereich gewesen, der durchaus interessant sein könnte. Also die Marke von 0,88 nach unten hin, ja, das sage ich mal, das erste Anlauflevel, aber ansonsten wirklich der Weg frei, keine starken technischen Unterstützungsbereiche hier bis 0,86,9. Da ist viel, viel Luft, wenn es unten drunter wegbricht. So, jetzt lege ich die Linie nochmal rein, die ich gerade beschlossen hatte oder gerade gesagt hatte und wir machen jetzt mal noch den Blick rein in die kleinere Zeitanheit. Warum? Ganz einfach. Hier unten sehen wir zuerst, wenn der Markt eine Richtungsentscheidung trifft und da sieht es momentan tatsächlich so aus, als würde es eine Möglichkeit für einen Aufwärtsschub geben. Das haben wir schon gesehen an der heutigen Tageskerze. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück in den Tageschart, ich zoome es mal näher ran. Schaut mal hier, das ist eine steigende Kerze. Wir haben hier in der Kerze ein höheres Tief gemacht und wenn wir jetzt hier weiter nach oben laufen, ist erst einmal auf alle Fälle Luft da, bis in diesen Verkaufsbereich hier rein, um die 0,89, knapp 4 und dann können wir trendig durch die untergeordneten Zeiteinheiten hier auch weiter reingehen und deswegen blicken wir jetzt hier einfach mal in die Stunde rein und schauen mal, was zur Oberseite kommen kann. Ich muss dazu allerdings den Chart mal noch ein bisschen kleiner wieder machen, dass wir etwas mehr sehen können. Also, was haben wir hier? Wir haben sowas wie eine leichte Bodenbildung. Das können wir momentan konstatieren. Wichtig ist, wir dürfen nicht hier unter dieses Tief fallen. Wenn wir drunter fallen, heißt das, dass der übergeordnete Abwärtstrend sich weiter nach unten fortsetzt und es erst einmal keinen Rebound gibt. Ansonsten steigen wir schön an. Wir sehen es hier im Kleinen, bildet sich ein Aufwärtstrend und das könnte durchaus den ersten Schub geben, das erste Indiz dafür, dass wir die aufgerichteten, aufwärtsgerichteten Handelssetups auch mit drinnen haben. Und wenn wir einfach mal schauen, hier dieses kleine Zwischenhoch wurde rausgenommen und wenn wir hier über das Hoch bei 0,89 knapp 1,9 laufen, haben wir hier auch einen Aufwärtstrend. Also nicht nur eine Aufwärtsbewegung, eine Gebenbewegung und dann einen leichten Trend nach oben, sondern wir haben dann tatsächlich einen größeren Trend hier in der Stunde, der in die Aufwärtsrichtung läuft. Und das ist dann die Bestätigung, dass wir einen Gegenversuch bekommen und der läuft dann erst einmal hier oben rein. Und wenn der Markt tatsächlich hier über dieses Widerstandslevel rausläuft, über diesen letzten Verkaufsbereich, wir haben ihn hier bei knapp 0,89,4, dann haben wir Chancen oben reinzulaufen. Das heißt hier über 0,89,45 drüber geht es dann hoch. Marker, die wir als planbare Ziele haben, beziehungsweise nicht zwangsweise Ziele, aber Punkte, an denen weiter Bewegung in den Markt kommen kann, sind mal die Zwischenhochstebel her. Wir haben ganz grob hier die 0,89,67 hier, die 0,89,75 und dann können wir noch ein Stückchen weiter zusammenraffen, wenn es dann deutlich schön nach oben geht. Hier oben haben wir noch Anlaufpunkte. Wir sehen es 0,90,38 hier und knapp die 0,90,45. Das sind die Marker. Und dann sind wir schon an diesem Zwischenbereich bei 0,90,6, den ich gerade auf dem Tageschat avisiert hatte. Also, da ist viel Platz für einen Rebound und wenn der nachhaltig läuft, werden wir sehen, wie sich der Markt hier oben entscheidet. Bis dahin fließt allerdings noch ganz viel Wasser, die Elbe runter, wie wir hier in Sachsen so schön sagen. Von der Seite her ist viel Platz. Wie schon gesagt, Chancen sind tatsächlich da. Wenn es hier zum Schub nach oben kommt, bleibt der aus. Dann wäre es natürlich interessant, was nach unten hin passiert. Wer sich jetzt fragt, wie soll ich das denn strategisch anstellen mit dem Bruch dieses Levels hier, hier ist ja auch viel Platz. Ja, ganz klar, wenn wir hier eine kleine Trendfortsetzung bekommen, ist es natürlich erst mal interessant, was hier unten bei 0,88,7 passiert. Für diejenigen, die dann als Swing Trade, die den Ritt nach unten mitnehmen wollen, die schauen mal, was passiert, wenn der Markt unter diese Unterstützung fällt. Dann gibt es in der Regel eine kleine Gegenbewegung. Und wenn wir dann wieder nach unten drehen, das wäre dann ein gutes Signal für die Short-Richtung, den zweiten Schub nach unten mitzunehmen und die Nachhaltigkeit ein bisschen mit im Rücken zu haben. Also das wäre dann sehr, sehr interessant für die Swing Trader, die hier nicht im 5-Minuten-Chart traden wollen, sondern die schön die großen Bewegungen mitnehmen wollen, wie wir die ja gesehen haben im Euro-Austral-Dollar beispielsweise oder im Euro-US-Dollar oder im britischen Fund-US-Dollar. Das kann man schön als Swing Trader mit nach oben nehmen und auch ordentlich Performance im Portfolio machen. Also hier auch wieder ein Markt, der Spaß macht für beide Seiten. Das war es zum Euro-Britischen Fund. Dann schauen wir jetzt noch auf US-Dollar, Kan-Dollar. Dann schauen wir auf Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und dann entsprechend hier an dieser Seite noch den Euro-US-Dollar. Und wie schon gesagt, Fragen gerne auch. Hier, wir sehen schon, britischer Fund, US-Dollar wird auch noch gefragt. Super, gehe ich natürlich sehr, sehr gerne gleich auch noch mit an. Zunächst erst einmal der Blick in Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Kurzen Augenblick, da ist er. Den haben wir hier jetzt momentan im Stunden-Chart. Wir sehen, der Markt läuft sehr, sehr schön nach oben und hat sich mittlerweile hier über der 0,67,55 stabilisiert zuvor. Aber erst einmal kurz noch der Blick hier in den Tages-Chart. Und wir sehen es schon an dieser Stelle. Es macht Sinn, dass wir noch ein Stückchen weiter schauen, in die Historie rein. Aber wir sehen es hier oben. Es ist momentan so, dass der Markt sich tatsächlich oben drüber stabilisiert. Das heißt, dieses Level hier ist rausgenommen worden und wir laufen hier oben drauf. Und deswegen ist der Titel hier heute nochmal auf der Watch mit drauf. Warum? Es schaut so aus, als wenn er tatsächlich drüber will. Wir sehen es hier im Stunden-Chart. Die Verortung, der Markt ist, hoppala, ein bisschen klein. Der Chart hier, warte, ich ziehe es mal ganz kurz größer. Trendet weiter hoch und er tut überhaupt nichts nach unten zur Sache. Das heißt, wir sind jetzt hier zwar oben erstmal herangelaufen an dieses kleinere Verkaufslevel aus der Historie drüben raus. Bei 0, knapp 68. Da gibt es jetzt den Abprall nach unten. Aber solange wie dieser Trend weiter nach oben bleibt, ist hier auf dieser Stelle alles wirklich absolut in Ordnung. Die Oberseite sollten wir hier definitiv auf der Uhr haben. Weil, und jetzt gehen wir hier nochmal ganz kurz rein. Wir sehen hier oben schon die ganzen Linien. Da muss ich mal vom Tag in die Woche umschalten. Wir haben eine Menge Potenzial zur Oberseite da. Die Woche geht nach oben durch und wenn dieses Level, was wir hier drüben haben, also dieses Level, was wir hier haben, dieses blaue Level hier oben, das rausgenommen wird, ja, dann haben wir noch viel mehr Platz nach oben. Aber bis dahin ist auch noch genug Luft. Und schaut mal hier, ich zeichne es mal ganz kurz mit dem Zeichentool ein, kurz einen Augenblick. Da haben wir tatsächlich den Markt, der hier nach unten trendet. Ich mache jetzt mal nur ganz grob die Trendrichtung. Also hier, der erste starke Schub nach oben, die Bewegung, die Korrektur, die Bewegung, die Korrektur und dann nochmal den Schub nach unten. Und jetzt haben wir den Markt hier leicht nach oben trendet. Und wir haben jetzt hier tatsächlich die Chance hier, hat es ein bisschen hin und her gezappelt. So, und dann haben wir schön jetzt hier, wie schon gesagt, auf Wochenbasis den Trend. Und wenn ihr dieses Hoch hier rausnimmt, ist dieser größere Abwärtstrend gebrochen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass wir wirklich weiter Potenzial zur Oberseite haben. Also das bleibt sehr, sehr spannend und wie schon gesagt, wir sind schon drüber. Der Trend ist rausgenommen und wenn es hier zur Fortsetzung kommt, dann haben wir richtig, richtig gute Chancen, die Oberseite anzulaufen. Und wie schon gesagt, hier erst einmal der nächste größere Drehbereich, das größere Verkaufslevel, haben wir hier bei knapp 0,69,5. Das ist ganz ordentlich, was wir hier auf der Oberseite mit drinnen haben. Das ist der Blick in New Zealand Dollar, also Neuseeland Dollar, US Dollar. Und dann schauen wir jetzt noch auf den US-Dollar-Kan-Dollar. Beim US-Dollar-Kan-Dollar bitte ich immer ein bisschen zu beachten, dass der kanadische Dollar eine sogenannte Petro-Währung ist. Das heißt, der Ölpreis kann hier durchaus Einfluss auf die Geschehnisse der Währung mithaben. Das ist in den letzten Mal nicht immer so gewesen, aber es ist immer gut, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, gerade wenn man hier im ganz kurzfristigen Bereich agiert. So, jetzt aber genug des Geredes. Jetzt muss ich erst einmal schnell den Chart aufmachen. Hier haben wir den US-Dollar-Kan-Dollar im Stundenchart. Jetzt blicken wir zuerst einmal in den Tag mit rein und wir sehen hier diesen massiven Abgabedruck auf Tagesbasis, die wir hier haben. Der Markt ist extrem weit nach unten gelaufen, aber möglicherweise bereit für einen Rebound. Wie komme ich drauf auf das Thema Rebound? Ich zeige euch das gleich mal. Hier, schaut euch das mal an. Hier unten dieser Bereich, das war das Jahrestief 2020 hier unten. Also, waren wir da schon 2020? Wartet mal, also Ende Dezember, Anfang Januar war das gewesen. Ja, das ist schon Januar. Also, das ist das Jahrestief 2020, was wir da unten liegen haben. Und dieser Bereich hat hier unten schon mal den Boden gegeben für einen massiven Aufstieg nach oben. Und jetzt kam dieser brutale Abverkauf, also auch sehr schön trendig nach unten gelaufen. Und wir haben hier unten jetzt tatsächlich gestern den ersten Abprallversuch gesehen. Und jetzt stellt sich die Frage, meint es der Markt ernst oder gehen wir eher unter hier unten die Marke von 1,29 drunter? Und das ist der Punkt. Gibt es einen Abprall und das ist jetzt das Interessante, das ist das für die spekulativen Trading Ideen hier an dieser Stelle. Wird das Umkehrsignal von gestern bestätigt, dann haben wir gute Chancen nach oben zu laufen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal mit rein und das hier an dieser Stelle schön nach oben zu laufen. Und die Elena gibt mir gerade noch über Skype gescheit. Aus Facebook gab es den Grund. Ja, Elena, ganz lieben Dank dafür. Heute zeigt mir im Workaround Facebook auch an, was gezeigt wird. Also läuft. Ganz lieben Dank Elena dafür. Schön, dich hier mit an Bord zu haben, neben unseren anderen lieben Zuschauern. Gut, das passt. An dieser Stelle gehen wir jetzt rein in den kanadischen Dollar in die Stunde. Leute, und das ist das, was ich immer so schön finde. Leute, wir müssen hier wirklich nur auf den Markt schauen, was er macht und uns anpassen. Ja, das ist auch das. Ein starkes Thema im Seminar hier im September. Wir sehen hier den Markt stark nach unten laufen. Ja, und hier an dieser Stelle hatten wir das letzte Hoch. Passt auf, ich zeichne euch das ein als visuelle Hilfe sozusagen. Jetzt mal nicht vom Computer gezeichnet, sondern einfach mal, was wir hier drin haben. Hier der Abwärtstrend. Ich zeichne mal den Rest mit ein. Also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, und jetzt, passt auf. Zack, drüber. Hier. Das ist der letzte Bewegungsarm des Abwärtstrends auf Tagesbasis. Das haben wir. Der ist rausgenommen. Das heißt, das Ding ist jetzt reif für eine Korrektur. Wir brauchen noch die Bestätigung, dass der Markt wirklich hoch will. Und wer sich das durch den Trend bestätigen lässt, der wartet einfach hier. Zack, rap. Wenn es hier drüber geht, das wäre das Kaufsignal. Und wir können dann auch schon sehr, sehr schön planen, wo es weiter nach oben geht. Weil, Leute, schaut euch das mal an. Hier. Da ist ein Trend hoch. Hier ist ein Trend hoch. Hier ist ein Trend hoch. Bam. Da haben wir schon mal ein paar Anlaufpunkte, die wir locker flockig aus der Chart-Historie rausziehen können, wenn wir hier tatsächlich oben den Druck reinbekommen. Und das ist doch sehr, sehr interessant, hier die Umkehr zu sehen. Also, die Verortung am Support könnte durchaus eine gute Chance für die Oberseite geben. Warum nicht das Ganze machen? Hier mit einem jungen Trend, der nach oben läuft. Und wenn wir uns das auf Tagesbasis mal anschauen, hier an dieser Stelle, schaut mal hier. Das ist die letzte Bewegung, die ich euch gerade im Stundenchart gezeigt habe. Und wenn wir hier tatsächlich nach der Umkehrkerze von gestern die Bestätigung bekommen, dann ist das nur die Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Aber warum soll man die nicht traden? Sie liegt ja da. Aktive Trader können das machen. Das ist eine Einladung, wenn der Markt das spielt, auf alle Fälle. So, und dann gehen wir jetzt mal vom kanadischen Dollar zum Euro-US-Dollar. Weil das ist echt eine megamäßig interessante Geschichte. Die wir hier haben übrigens megamäßig interessante Geschichte. Ich möchte dann auch noch mal ganz kurz auf Gold gehen, weil ich wurde bisher auch immer mal gefragt, sag mal Seidel, wieso machst du immer so zwei Handelsideen auf einen Chart drauf? Ganz einfach, weil viele Dinge, gerade für die aktiven Trader, Einladungen sind, auch ganz aktiv zu traden und zwar zwei Szenarien einfach abzuwarten. Das heißt, einfach die Szenarioplanung zu machen und dann zu schauen, was der Markt auch spielt. Wir gucken dann gleich noch mal auf den Goldpreis drauf. Zuvor allerdings möchte ich wirklich hier noch mal auf den Euro gehen. Und der Euro hat momentan ordentlich Bums von oben bekommen. Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben gestern eine fette Umkehrkerze bekommen. Die wird heute auch noch bestätigt hier an dieser Stelle. Also der Markt ist hier ordentlich auf der Gegenseite unterwegs. Schaut euch das mal an. Wir sind hier gestern über die Marke von 1,20 oben drüber geflogen. Hier zack oben drüber und dann ab nach unten. Kompletter Abverkauf. Das war die Abverkaufskerze von gestern und die wird heute bestätigt. Das heißt, der Trend nach oben hin ist weiterhin intakt. Das große Supportband, der große Supportbereich hier um die 1,18 beziehungsweise hier oben. Entsprechend das Ausbruchslevel, was wir hier oben haben, um die 1,19 in etwa. Ich ziehe euch das mal ganz kurz hier oben. Hier haben wir ja schon die 1,19 da oben stehen. Das sind momentan ganz, ganz wichtige Bereiche, die wir hier haben. Also das heißt, die Supportzonen sind da und wir sehen es hier oben. Die 1,19 wird momentan so ein bisschen abverkauft. Und wir schauen jetzt gleich mal auf im Sinne eines Abverkaufs nach unten hin. Hier, der große Support liegt unten um die 1,1750. Da ist ordentlich Potenzial zur Unterseite für die kurzfristig aktiven Trader. Und das schauen wir uns mal kurz in der Stunde an. Und wir sehen es, die Stunde trendet schon nach unten. Das ist also hier der Higher-Time-Frame. Das ist der große, übergeordnete Trend der Stunde, des Tages, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Bewegungen und Korrekturen sind hier schön zu sehen. Was uns jetzt allerdings interessiert, ist das, was wir hier im kleineren Bilde sehen. Und da schaut euch das mal ganz kurz an hier an dieser Stelle. Da sehen wir den laufenden Abwärtstrend. Hier die kleine Korrektur und hier schon wieder den Schub nach unten. Heißt also an dieser Stelle, der korrektive Abwärtstrend ist vorhanden hier an diesem Punkt. Hier gab es nochmal den Spike oben rein. Und jetzt, zack, hier, schaut euch das mal an. Das ist ein aktiver Trend, der nach unten läuft hier. Und der hat sich auch schon fortgesetzt. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie geht es hier in diesem Bereich denn weiter. Und wenn wir uns das mal hier leicht zu Gemüte führen wollen, ich zoome es mal kurz zusammen. Da müssen wir einfach nur schauen, wo haben wir denn Drehpunkte auf der Chartunterseite, die interessant sein könnten. Und dann haben wir hier, wenn wir uns das mal raussuchen, knapp die Marke von 1,1884 Nummer 1. Dann haben wir hier unten drunter etwas liegen die 1,1867,68. Und dann hier, Leute, diesen Ausbruchsbereich hier unten, das hier, grob dieses Level um die 1,1845. Das sind kurzfristig erst einmal die Marke auf den Weg in dieses Supportband hier um die 1,18 bis 1,182, die wir durchaus mit anlaufen können. Die könnten unter Umständen Pivotpunkte sein, dass der Markt wieder nach oben dreht. Oder hier kommt für die Händler, die sich hier in diesen Trend haben einstoppen lassen, natürlich auch die Punkte, wenn hier Positionen aus dem Markt genommen werden. Bei Long Positionen kommt natürlich Verkaufsdruck in den Markt und das schiebt die Kurse dann deutlich hier etwas nach unten. Also das muss man definitiv auch auf der Uhr mithaben. So, dann schauen wir jetzt auf Gold und dann auf britischen Pfund US-Dollar. So, und jetzt will ich nochmal ganz kurz den Gold-Chart hier von gestern zu Hand nehmen. Und da hatten wir den Gold-Chart hier im Wochen-Chart uns angeschaut und da hatte ich das Dreieck eingezeichnet. So, und jetzt müssen wir einfach mal sehen, das Dreieck habe ich hier im Wochen-Chart rausgesucht. Und im Wochen-Chart ist die Größe immer ein bisschen was anderes als auf Tagesbasis. Da hat man viel, viel größere Schwankungen. Das ist normal. Aber wir hatten ja gesagt, wir sind im Goldmarkt aufwärts gerichtet. Wir hatten eine schöne steigende Woche und wir sind am Anfang der Woche sozusagen aus diesem Dreieck nach oben hin ausgebrochen. Und jetzt wird es korrigiert. Und das ist jetzt interessant, gerade für die kurzfristigen Trader, wenn wir uns das mal eben kurz noch in der Stunde anschauen wollen. Da gehe ich mal eben rein. So, und jetzt raffe ich es mal zusammen. Und hier sehen wir, ich nehme mal die Zeitrahmen hier raus. So, schaut euch das Ganze jetzt mal an. Wir sind hier, wie schon gesagt, übergeordnet hatten wir das Dreieck in der Woche angeschaut. Wenn wir uns mal kurz den Tag anschauen, hier, da sieht man das Dreieck auch. Da ist der Markt auch nach oben raufgegangen. Das heißt, im Grunde genommen, übergeordnet ist der Markt schon aufwärts gerichtet. Deswegen können wir uns das Ganze jetzt auch anschauen, hier auf der Stundenbasis. Ansonsten würde man hier eine Trendgröße bzw. eine Zeiteinheit überspringen. So, was wir jetzt hier sehen, ist ganz klar das klassische Bild. Der Markt ist nach oben ausgebrochen. Hier, das Blaue, was hier eingezeichnet wird, ist sozusagen der Tag, der unten rauskommt hier in seiner Bewegung. Und jetzt sehen wir hier die Korrektur. Und was wir hier halt sehen, ist die Stunde trendet hier schön nach oben mit rauf. So, da haben wir es da. Dieser Aufwärtstrend ist intakt. Und der letzte Bewegungsarm des Aufwärtstrends, der wird jetzt sozusagen korrigiert. Und da ist es an dieser Stelle jetzt recht interessant, was wird hier in diesem Bereich passieren. Das heißt, wir haben hier einen Support-Bereich um die Marke von 1900 knapp 55 US-Dollar. Also da haben wir ein Support-Level. Laufen wir hier drunter, dann ist Gefahr gegeben, dass das ein Fehlausbruch wird. Und das ist dann wiederum das Szenario, was die Kurzfrist-Trader mit laufen lassen können. Wir sehen es hier an dieser Stelle schon. Der Markt im Kleinen. Hier, schaut mal, wir trenden hier schon wieder nach unten. Opa, das war das falsche Zeichen. Wir trenden hier schon wieder leicht nach unten hier, wenn wir es mal einzeichnen wollen. Das ist also der Gegentrend, den wir hier haben. Und wenn der hier unten rausbricht, dann hat der erst mal das Potenzial, tiefer reinzulaufen, wieder ins Dreieck zurückzulaufen, beziehungsweise dann hier, wenn wir das mal ganz kurz anwenden, diese Linie sozusagen verlängern auch, dass der Markt hier einfach nochmal den Ausbruchsbereich testet, die fallende Trendlinie mit testet. Das sind Szenarien, die sind durchaus da. Und da wird es halt jetzt wirklich interessant, was passiert hier unten bei 1.955 US-Dollar im Gold. Der Blick in den Chart hier auf das Ausbruchsszenario, was wir gestern besprochen hatten. Und dann schauen wir jetzt noch auf das Cable. Das heißt hier, britisches Pfund, US-Dollar. Das allerdings jetzt nicht im 5-Minuten-Chart, sondern die Frage war auch gestellt, wie sehen wir das Ganze für heute Raum für eine größere Korrektur, ja oder nein. Und was wir hier sehen, ist ein ähnliches Bild wie das, was wir im Euro-US-Dollar gesehen hatten gerade. Der US-Dollar macht gerade einen Bounce, also eine Gegenbewegung sozusagen. Wartet mal, ich zeige euch mal ganz kurz den Future, hier den US-Dollar-Future. Den hatte ich ja schon öfter mal gezeigt und ich arbeite halt mit diesen Dingen auch zusammen, wenn ich meinen Research mache. Kurzen Augenblick, lasst mich das bitte mal raussuchen. Die Currencies und dann haben wir hier den US-Dollar. So, schaut euch das mal an. Wir haben gestern hier im US-Dollar den Umkehrstab auch bekommen. Das heißt, wartet mal, kurz einen Augenblick hier. Ich raffe es mal etwas zusammen. Hier, ich hoffe, man sieht es hier unten. Wartet, kurz einen Augenblick. So, jetzt müsste es gehen. Also schaut mal, noch ein bisschen größer, wenn es geht, Leute. Hier, so, jetzt müsste es gehen. Jetzt müsste man es gut erkennen können, hoffe ich zumindest. Also ganz grob. Wer sich es näher anschauen will, geht einfach mal auf Finwitz und guckt sich in den Futures den US-Dollar an. Schaut mal, hier unten, da kam im US-Dollar gestern dieser Umkehrstub. Das heißt, der US-Dollar ist wieder stärker geworden und deswegen schwächelt der Euro-US-Dollar und schwächelt auch britisches Fund-US-Dollar. Und wenn sich das Ganze jetzt nach oben fortsetzt, ist hier durchaus auch Luft nach oben hin. Wir sehen es hier, bis 93 hat der Future mal locker Platz, die Korrektur zu machen. Und da ist jetzt die Frage, kommt das oder nicht? Aber weil wir das halt sehen, liegt es halt nicht an Euro oder britischem Fund, dass der Markt jetzt läuft, wie läuft, sondern einfach der US-Dollar ist ein bisschen stärker geworden. Und das ist das, was wir hier jetzt sehen. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie kann es denn weitergehen hier im britischen Fund, dann können wir das Ganze in den kleinen Zeiteinheiten ein bisschen versuchen vorherzusehen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, das war die Abverkaufskerze von gestern. Wartet mal, ich muss mal hier ein bisschen aufräumen. So, wir wollen ja schließlich ein bisschen was sehen. So, weg hier. Da habe ich doch die ganzen Trendzeichnungen drin. So, also schaut euch das mal an. Auch hier der Abverkauf. Der Abverkauf, die Abverkaufskerze gestern im Euro-US-Dollar war natürlich stärker, aber das ist die Abverkaufskerze hier im Bewegungsarm. Und wenn der Markt tatsächlich hier drunter läuft, dann bekommen wir jetzt oben tatsächlich das Short-Signal, dass wir hier in eine Korrektur laufen, kurzfristig. Und dann haben wir Raum nach unten. Auf alle Fälle mal locker, wenn wir uns das größere Bild mal anschauen, auf der Tagesbasis. Hoppala, wartet mal, hier brauche ich mal das Ganze in Grund zu machen. Da ist nämlich ein Auffangbereich. Und dieser Auffangbereich ist das Ausbruchslevel, was wir hier hatten. Also ganz krabb hier, grob über die 1,32,8 in etwa in diesem Bereich. Da hat sich hier der Trend nach oben reingesetzt. Hier schaut euch das mal an. Hier hat sich der Trend nach oben fortgesetzt. Das ist mal das erste Kauflevel-Potenzial hier mit Blick auf das, was wir im Tagesschat sehen. In der Korrektur ist mal locker die 1,30,54, was wir hier unten drinnen stehen haben. Ob es soweit kommt, müssen wir mal schauen. Aber für die Entwicklung, die wir hier heute sehen, können wir wirklich einfach mal reinschauen in das, was wir in der Stunde sehen. Und da sehen wir hier diesen Auffangbereich momentan, wo der Markt drinnen klemmt. Und das ist jetzt das entscheidende Level. Kommt es hier wieder zur Umkehr der Nachfrage. Und dieser Abwärtstrend hier wird gebrochen. Das ist jetzt der Trend, der in den kleineren Zeiteinheiten läuft. Also nicht der Stundentrend, der ist weiter aufwärts gerichtet hier an dieser Stelle. Sondern der ist das, was wir hier sehen, ist das Untergeordnete. Aber bricht es hier unten drunter, das hier an dieser Stelle, dann haben wir Luft nach unten. Und wenn wir uns das jetzt im kleinen Bereich mal anschauen wollen, wenn wir hier drunter brechen, sind es die nächsten Level, die wir hier haben. Wartet, ich mache euch das mal ganz kurz in Magendafarben. Hier, so, wo haben wir Magenta? Ja, hier, da ist es. Das wäre mal der nächste Anlaufpunkt. Also hier, grob die runde Marke von 1,33. Dann haben wir das, was aus dem Tagesschart rauskommt hier, die 1,32,8. Und dann haben wir hier unten aus den Aufschwungbereichen das nächste Level bei 1,32, knapp 58. Das sind mal so Marke, die wir im Kurzfristbereich auch da haben, die durchaus auch für Pivot-Level gelten können. Aber wichtig ist ein Fakt, den wir hier haben. Diese Linie hier unten, also hoppala, das war natürlich das falsche Zeichentool. Aber wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir da drunter laufen, unter dieses Tagestief, da unten drunter von gestern, das wäre die Bestätigung der Umkehrkerze. Und dann könnte es durchaus etwas Druck zur Unterseite geben. Warten wir ab, was der Markt draus macht. Die Vorzeichen dafür sind auf alle Fälle definitiv ersichtlich. Das zum britischen Fund. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz rein, ob wir weitere Fragen bekommen haben. Da sehe ich jetzt im Facebook nichts. Im GoToWebinar auch nichts. Das heißt, wir haben es jetzt 5 nach 9. Danke fürs Zuschauen. Einen erfolgreichen Handelstag. Und bis morgen um 8.30 Uhr hier live zur Besprechung. Und ich lade all diejenigen, die heute dabei gewesen sind, natürlich auch für morgen wieder ein. Beziehungsweise all diejenigen, die hier das Video in der Aufzeichnung schauen, wer Zeit und Lust hat, gerne auch mal live mit reinkommen. Es lohnt sich und man kann auch den eigenen Wunschmarkt mit analysieren lassen. Ich freue mich drauf. Bis dahin allen einen erfolgreichen Spätintag. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.